Wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen in dieser Folge. Heute möchte ich mit euch über den Beckenboden sprechen und zwar während der Schwangerschaft und der Geburt, was es da für Besonderheiten gibt und wo ein großes gesundheitspolitisches Problem liegt, das erkläre ich alles in dieser Folge. Viel Spaß dabei. Wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen in dieser Folge. Was ist eigentlich der Beckenboden? Ja, da kann man sich stundenlang drüber unterhalten. Ich habe hier auch schon mal ein Video gemacht, das könnt ihr euch gerne angucken, da wird es ein bisschen klarer. Ihr dürft euch den Beckenboden im Groben so vorstellen, als wäre er unter eurem Becken, was ja offen ist, wie eine Art Hängematte. Es ist aber keine Hängematte, die jetzt geschlossen ist, um die inneren Organe und auch die Gebärmutter mit dem Kind darin zu halten, sondern eben es ist eine Hängematte mit Sollbruchstellen. Da sind Löcher drin, damit wir eben Kinder gebären können, beziehungsweise ihr und damit wir natürlich auch unsere Stoffwechselprodukte im Sinne von Kot und auch Urin loswerden können. Also hat der Beckenboden zwei völlig konträre Aufgaben. Erstmal soll er komplett dicht halten und alles oben halten, aber irgendwie soll er ja auch was von innen nach draußen lassen. Und das ist natürlich in der Schwangerschaft und vor allen Dingen während der Geburt ein Riesenproblem. Denn früher, und früher sage ich vor ein paar Millionen Jahren, haben wir noch nicht den aufrechten Gang erlernt gehabt. Hier hat der Beckenboden natürlich super funktioniert, weil diese vertikale Schwerkraft noch gar nicht so präsent war. Mittlerweile haben wir den aufrechten Gang erlernt und weiteres Problem, unsere Ernährungsweise. Wir werden statistisch immer dicker und das belastet natürlich auch den Beckenboden. Ein großes Problem ist, dass kaum eine Schwangere während der Schwangerschaft oder auch schon vor der Schwangerschaft darüber aufgeklärt wurde, dass sie mit hoher Wahrscheinlichkeit Beckenbodenprobleme bekommen wird. Schon während der Schwangerschaft, aber vor allen Dingen auch danach. Dabei ist es grundauf logisch, denn hormonell gesehen passiert natürlich in der Schwangerschaft wahnsinnig viel. Und das führt auch zu einer Adaptation des Muskel- und Bindegewebes. Ihr könnt euch das so vorstellen, als ob das alles ein bisschen aufgeweicht und aufgelockert wird. Dass im Zusammenhang mit einer schwerer werdenden Gebärmutter, die Fruchtwasser enthält, Kind enthält, besser durchblutet ist, sorgt natürlich für eine stärkere Belastung des Beckenbodens. Aber der Beckenboden hat natürlich auch eine wahnsinnig zentrale Bedeutung beim Geburtsvorgang an sich, wenn wir jetzt über die vaginale Geburt sprechen. Sprechen wir über eine Sektion, also einen Kaiserschnitt, dann sieht das Ganze natürlich ein Stück weit anders aus, komme ich später noch zu. Der Impact auf den Beckenboden während der Schwangerschaft und natürlich auch während der vaginalen Geburt ist also sehr hoch. Der Beckenboden hat aber auch eine wahnsinnig zentrale Bedeutung beim vaginalen Geburtsvorgang an sich. Und hier kommt es auch gehäuft zu Verletzungen. Und über diese Verletzungen während der Schwangerschaft und der Geburt sprechen wir jetzt. Ihr habt richtig gehört, Verletzungen des Beckenbodens passieren also auch schon während der Schwangerschaft. Schwangerschaft, ein ganz wichtiger Punkt und viele Schwangere, ihr seid also nicht alleine, haben auch Probleme mit Inkontinenz, vor allem der Blaseninkontinenz in der Schwangerschaft. Ja, man muss nicht nur häufiger aufs Klo, sondern es geht auch vermehrt etwas verloren. Und das tun viele Schwangere jetzt ab und sagen, ja, mit dem Köpfchen, was da unten drückt, das presst quasi den Urin raus. Und dabei ist es aber in häufigen Fällen schon das erste Indiz dafür, dass der Beckenboden langsam aber sicher eine Verletzung erfährt und den Urin nicht mehr so gut halten kann. Und es gibt auch Frauen, die überhaupt keine Risikofaktoren haben und trotzdem Beckenbodenproblematiken entwickeln können. Aber diese Risikofaktoren möchte ich euch trotzdem nicht vorenthalten. Erster großer Risikofaktor ist das Ausgangsgewicht der Mutter. Je adipöser du in die Schwangerschaft startest, desto wahrscheinlicher kriegst du Beckenbodenprobleme. Macht auch Sinn, weil natürlich die inneren Organe auch Fett anlagern können und dementsprechend schwerer werden. Also ist der Impact auf dem Beckenboden bei Adipösen, Männern und Frauen sowieso schon sehr, sehr hoch. Zweiter großer Risikofaktor ist natürlich auch logisch das kindliche Gewicht. Hast du einen Wonneproppen im Bauch, ist der Impact auf dem Beckenboden natürlich auch viel größer in der Schwangerschaft und vor allen Dingen während der vaginalen Geburt. Dritter Risikofaktor, bleiben wir gleich bei der Geburt. Das sind nämlich vaginalen operative Entbindungen. Allen voran die Zangengeburt mit solchem Instrumentarium, was sich Forzebs nennt. Die Zangengeburt ist natürlich eine riesige Belastung für den Beckenboden, aber nicht nur die, sondern eben auch zum Beispiel die Saugglockengeburt. Und ganz zum Schluss muss man natürlich noch den sehr umstrittenen Christellerhandgriff erwähnen, wo mit Druck auf den Bauch der Mutter natürlich ein immenser Druck auch auf den Beckenboden entsteht, wo das Kind quasi durch den Beckenboden durchgedrückt wird. Das ist natürlich auch ein wahnsinniges Verletzungsrisiko. Vierter wichtiger Risikofaktor ist tatsächlich auch das Alter der Mutter. Klar, je älter wir sind, desto weniger gutes Bindegewebe haben wir. Das sehen wir in unseren Falten im Gesicht. Und das Bindegewebe am Beckenboden ist natürlich dann auch nicht mehr 20 Jahre alt, sondern zum Beispiel 42, 43 Jahre alt. Und als letzten Risikofaktor ist die letzte Geburtsphase da, wo ihr mitdrückt. Wenn die verlängert ist, ist ja auch klar, ist ein längerer Impact auf den Beckenboden zu erwarten, also auch ein erhöhtes Verletzungsrisiko. Und wir sprechen jetzt immer die ganze Zeit über Verletzungsrisiko. Und die meisten wissen ja überhaupt gar nicht, wie auch, was da genau verletzt wird. Viele denken beim Beckenbodenverletzungen auch an die Dammrisse oder auch Dammschnitte. Tatsächlich ist es aber so, dass ein Dammriss ersten, zweiten Grades oder auch eine mediolaterale Episiotomie, also ein Dammschnitt erfolgt, wenig Verletzungsrisiko für den Beckenboden darstellen. Anders ist es natürlich bei höhergradigen Dammverletzungen vierten Grades. Das ist ja eine Dammbeteiligung, also auch eine Schließmuskelbeteiligung. Aber diese geringeren Dammverletzungen sind tatsächlich nicht so schlimm für den Beckenboden. Beim Beckenboden wird vor allen Dingen eine Struktur aufgedehnt und das ist der sogenannte Levator Ani. Der Musculus Levator Ani ist quasi ein Zusammenschluss von drei verschiedenen Muskeln. Ich blende euch hier mal ein Bild ein, wo es ein bisschen eindeutiger wird, wo wir von oben aufs Becken drauf gucken und ihr seht schon, wie fächerförmig dieser Musculus Levator Ani angeordnet ist. Und wenn dort in der Mitte ein Kind durch muss, wird das Ganze natürlich aufgespreizt und aufgedehnt. Und das kann nicht nur zu Muskelverletzungen führen, wie so Muskelfaserrisse könnt ihr euch das vorstellen, auch bindegewebige Verletzungen und das Wichtigste fast, nervale Verletzungen. Also Verletzungen der Nerven, die da langlaufen, allen voran der Nervus pudendus, der dort alles innerviert, die ganzen Muskeln ansteuert. Wichtig ist auch zu wissen, und das seht ihr an dem Schaubild auch andeutungsweise, dass der Beckenboden aufgehangen ist. Der hat seine Ansatzstellen vorne an der Symphyse, auch im Volksmund Schambein genannt, und hinten am Steißbein. Solltest du also nach der Geburt extreme Steißbeinschmerzen haben, bist du erstens nicht alleine. Und zweitens kann es ein Indiz dafür sein, dass dort am Ansatz des Beckenbodens was kaputt gegangen ist. Selbiges gilt für vorne. Wenn ihr unter dem Schambein immer noch drei, vier, fünf Monate nach der Geburt Schmerzen habt, kann es sein, dass dort der Beckenboden lädiert ist. Und hier müsst ihr auf jeden Fall hellhörig werden und eure Gynäkologin ansprechen. Denn das muss natürlich wieder regeneriert werden. Und jetzt kommt eine wahnsinnige Besonderheit in der Medizin und auch im gesundheitspolitischen Handling. Das ist jetzt wichtig. Wir haben bei der Geburt eine Situation, in der wir Monate vorher schon wissen, dass ein Trauma und eine mögliche Verletzung stattfinden wird, ohne dass wir dagegen wirklich etwas tun können. Man fährt also sehenden Auges auf eine Mauer zu und hat gar keine Möglichkeit, als dagegen zu fahren. Und es gibt wenig Möglichkeiten, dagegen präventiv vorzugehen. Eine Möglichkeit, bespreche ich gleich noch, ist das Beckenbodentraining, schon in der Schwangerschaft. Und eine weitere Besonderheit, das möchte ich nun mal so nebenbei erwähnt haben, im deutschen Mutterpass, da wo alles drinsteht über die Schwangerschaft, über die Geburt und auch Wochenbett, gibt es nicht eine Zeile, nicht eine Möglichkeit für uns ÄrztInnen einzutragen, wie es um den Beckenboden steht. Es ist einfach nicht vorgesehen. Es ist einfach nicht existent, der Beckenboden laut Mutterschaftsrichtlinie. Wir können zwar irgendwo in irgendeine Zeile was reinschreiben und den Beckenboden beurteilen, aber standardisiert ist das nicht. Und das macht jede Frauenärztin nach Ausbildungsgrad und Gusto eben entweder selbst oder macht es halt eben nicht. Und jetzt kommen wir zum nächsten Problem. Nur etwa jede zehnte Frau spricht Beckenbodenprobleme bei ihrer Frauenärztin auch offen an. Es ist also auch noch ein wahnsinnig tabuisierendes Thema. Wenn jetzt deine GynäkologInnen es nicht aktiv eruiert, wie denn der Beckenboden oder wie es um den Beckenboden steht, dann kommt dieses ganze Thema gar nicht zustande. Weiteres Problem ist, wir GynäkologInnen sehen euch nach Geburt sechs bis acht Wochen später. Hier ist jeder Beckenboden noch lädiert. Jeder Beckenboden ist zwei Monate nach einer Geburt noch nicht optimal. Also können wir eigentlich jeder Frau sagen, ja, Beckenboden ist noch nicht optimal. Nächstes Problem, es kommen immer weitere Probleme, ist, dass es Rückbildungskurse gibt, die ja von PhysiotherapeutInnen, Hebammen und auch anderen Anbietern angeboten werden können. Aber hier gibt es auch keine Standardisierung. Das heißt, jeder macht es so ein bisschen, wie er möchte. Das kann ein super guter Kurs sein für den Beckenboden oder es kann ein totaler Pflaumenkurs sein, wo ihr nichts über den Beckenboden gelernt bekommt oder sogar noch gesundheitsgefährdende Tipps mit auf den Weg bekommt, wie zum Beispiel geht mal joggen nach der Geburt oder solche Dinge. Also hier muss einiges passieren, gesundheitspolitisch. Wir sprechen ja jetzt quasi die ganze Zeit über die vaginale Geburt. Bei der Sektio sieht das Ganze natürlich extrem anders aus, denn hier ist der Impact auf den Beckenboden während des Geburtsvorgangs natürlich überhaupt nicht so immens, sodass auch das Risiko für Beckenbodenprobleme statistisch einfach viel geringer ist. Kleiner Test für euch, wenn euch das interessiert. Es gibt einen international anerkannten Test, einen sogenannten Your Choice Rechner. Das ist also eine Website, wo ihr eure Geburtsdatum, eure vorangegangenen Schwangerschaften, euer Gewicht etc. noch viele andere Aspekte eintragen könnt. Und dann ploppt gleichzeitig rechts ein Rechner auf, der euch sagt, wie eure Beckenbodenproblematik statistisch ausfallen könnte. Ob sie behandlungsbedürftig wäre, wie es aussehen würde bei einer vaginalen Entbindung oder auch bei einer Sektio. Ist immer ganz interessant, da die eigenen Daten einmal reinzustellen und zu gucken, wie sieht denn meine prozentuale Verteilung aus. Verlinke ich euch gerne unten in den Shownotes. Jetzt kommen wir aber zu der Frage, die dir sicherlich auch unter den Fingernägeln brennt. Was kann ich dagegen tun oder präventiv schon tun? Ich habe es angedeutet, schon das Beckenbodentraining in der Schwangerschaft zu machen. Nein, es gibt überhaupt nicht einen Hinweis darauf, dass dies irgendeine Frühgeburtsbestrebung oder vorzeitige Wehntätigkeit etc. auslösen könnte. Ganz im Gegenteil, den Beckenboden schon in der Schwangerschaft, eigentlich schon vor einer Schwangerschaft präventiv anzusteuern, zu trainieren, hilft erstens bei der vaginalen Geburt ungemein, diesen Beckenboden auch bewusst anzusteuern, um ihn zu entspannen. Dadurch entstehen weniger Beckenbodenproblematiken und auch Verletzungen. Und auch für danach, dass du dann einen Beckenboden relativ zeitnah auch schon wieder ansteuern kannst und eben auch merkst, wo es vielleicht noch Handlungsbedarf gibt. Es gibt kleine Studien, die besagen, dass Frauen, die vorher nicht inkontinent waren und während der Schwangerschaft Beckenbodentraining gemacht haben, ihr Harninkontinenzrisiko auch nach der Geburt gesenkt haben. Die Frage ist natürlich, wie komme ich an gutes Beckenbodentraining, was ja nicht Beckenbodengymnastik etc. ist, ran. Es sollte auch professionell angeleitet werden. Also da sollte sich jemand mit dem Beckenboden auskennen. Hier gibt es diverse Online-Kurse von Beckenbodentrainer und Trainerinnen. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, über die Physiotherapie das laufen zu lassen. Das ist wieder auf Rezept relativ schwer umzusetzen. Da müsst ihr fähige und sehr kulante HausärztInnen oder GynäkologInnen haben. Aber es ist durchaus möglich, an professionelles Beckenbodentraining auch schon während der Schwangerschaft heranzukommen. Und dasselbe gilt natürlich auch für danach. Solltest du mit dem Beckenboden Probleme haben, sogar inkontinent sein, dann sprech deine ÄrztInnen einfach an. Es gibt die Möglichkeit, über die Heilmittelverordnung euch Physiotherapie oder Krankgymnastik Rezepte auszustellen. Hier ist es natürlich auch wahnsinnig wichtig, dass da Profis am Werk sind. Da gibt es zum Beispiel die Physiopelvika-TherapeutInnen, die spezialisiert auf den Beckenboden sind. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, mit sogenannten Pessaren, ich splende euch hier mal ein Bildchen ein, den Beckenboden zu unterstützen auf mechanischem Wege. Das sind also so kleine entweder Würfel oder Schalen aus medizinischem Silikon, die man sich selbst vaginal einführen kann und oder bei der Frauenärztin anpassen lässt und einführen lässt. Die natürlich den Beckenboden jetzt nicht trainieren, aber ihn stützen können und so auch nachweislich helfen können, den Beckenboden gut zu regenerieren. Stellt euch immer eine Muskelverletzung am Bein vor. Was macht man damit? Man stellt ihn ruhig, man stabilisiert das Ganze. Und als dritten Punkt, was man natürlich im Alltag machen sollte, das lernt ihr aber eben beim professionellen Beckenbodentraining, ist nicht jeden Tag den Beckenboden zu trainieren. Ich trainiere auch nicht jeden Tag einen Bizeps oder die Bauchmuskulatur, sondern aber einen beckenbodenfreundlichen Alltag zu gestalten. Und dazu gehört es schon, Dinge aufzuheben, zu niesen, zu husten und das Ganze eben beckenbodenfreundlich. Sich nicht zusammenklappen zu lassen beim Niesen, sondern aufrecht zu stehen. Und manche sagen sogar, den Kopf über die Schulter zu machen beim Niesen, weil das natürlich den Beckenboden noch zusätzlich unterstützen kann. Ihr seht schon, das Thema ist ellenlang. Das Video allein ist jetzt schon zu lang geworden. Aber es ist halt einfach ein Riesenthema, wo viel mehr drüber aufgeklärt werden muss und wo es auch noch viel mehr zu erzählen gibt. Das Video ist jetzt schon allein super lang geworden, aber ich bin noch lange nicht am Ende. Wenn euch das Thema noch weiter interessiert, spezielle Aspekte am Beckenboden, dann lasst es mich doch bitte in den Kommentaren wissen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss und viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.